Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Essence Creed Unity mit mir, The Gentleman. So, die wollten gerade ein bisschen nerven. Dann wäre, glaube ich, der nächste, den wir jagen. Hier, die Jungs. Da gibt's irgendwie ein bisschen Staub. Ich bin auch gerade täglich mit meiner Kutsche. Ich bin auch gerade täglich mit meiner Kutsche. Jetzt kommt die Jungs. Die wir jetzt mal hier gepackt haben. Soll man sagen, dass wir hier ein ganz schönes Problem haben mit der Kurvenlage. Soll das!" Wo will er denn hin? Brecht ihm das Gesicht! Daro? Wo kommen wir das hin? ARD Text im Auftrag des CD ARD Text im Auftrag des CD ich habe mich nur verteidigt es ist nur die allerbeste qualität ok 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 Ich habe gesagt, es ist doch du hättest gerne einen Luftdatenkart. Und das war der letzte Streich und damit machen wir den nächsten Cut.